So, jetzt haben wir... ...Märme. Am 14. Da ist ein paar Kilometer links abbiegen. Am 17. Am 4. ...2014. Mal gucken, wir mal miteinander. 14. Ja. Ja, es ist erst mal gezogen aus. 4 Stücke. Cherry Blaster, weiß das nicht wirklich. Weil es hier eigentlich immer 1.000 Stücke hat. Aber bei Sternberg könnte es uns so gut Deutsch fahren. Von daher wollen wir dann auch mal lieber hier in Deutsch reden. ... ... ... und aufs Kahn. Lackenbaum. Wir sind hier gleich. Wir begrüßen uns. Sozialverfahren. Jetzt links abbiegen. In einem Kilometer im Kreis kann wir an der ersten Ausfahrt verlassen. Fahrt vor Ort steuern, das gesehen. Ganz schön schnell auf die Ecke. Abbiegen. Das ist der Fall. Sieht ja wirklich gigantisch auf. Die Dutzung. Das ist der Rollermanns. Das ist der Rollermanns. Das ist der Rollermanns. In 300 Metern den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen, auf Estos-Ludenske-Akwani. Die japanische Kirche. Jetzt den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. Sie haben Ihr Zwischenziel erreicht. Ja, hier ist das Ziel. Ich könnte auch noch ein bisschen rumfahren. Das machen wir mal. Jetzt. Das zeigt. Ja. Und weiter. Das ist weiter. Da gibt es ein Eis zu kaufen. Ich glaube, es war ein tschechische Kronenbett, aber wir wollen das jetzt nicht anwenden. Das ist bei Männern rum. Klasse. Das passiert sich. Genau. Hier und hier. Ich glaube, ich habe ein Fahrradgefick. Hier sind die Hochhäusergruppe an Sternberg. Die zweite Ausfahrt. Jetzt den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Guck mal, wo war welche? Guck mal da. 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 siete mm kommt insbesondere auf dem Weg von São Paulo. Guck mal da. die Gauern verführt für die älteren Leute, die erst in der Wendung kamen 15 Kilometer geradeaus die Gauern aaaaaa da bin ich compromised der fall 42 für die 1.000 eine 2.000 November jetzt Finish So, und Gartenau Okay Glockens